Weltweit gingen tausende Menschen gegen die Gewalt an Frauen auf die Straßen. Unter anderem in Mexiko, Italien, dem Senegal und auch in Deutschland versammelten sie sich, um am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen darauf aufmerksam zu machen. Erstmalig wurde der Tag ja von den Vereinten Nationen am 25. November 1999 ausgerufen. Ziel ist es, auf das Problem geschlechtsspezifischer Gewalt aufmerksam zu machen, Ursachen zu bekämpfen und Frauen und Mädchen auch zu stärken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017